Ja, moin und herzlich willkommen zu einer Runde Roblox, zusammen mit meinem Freund in Roblox. Ja, wir spielen heute Weird Strict Dad. Und ja, fangen wir an. Spielen, ich erstelle. Spielen Kapitel 1. Nein. Und los. Oh, wir sind anscheinend in einem Auto. Oh, ich. Die Map kommt mir etwas bekannt vor. Ja, oh. Geh ins Haus. Lass mal den Müll wegräumen. Gibt es ja wie beim Händelz unter dem Sofa aus. Das finde ich genauso. Weg. Das Scheißhaus ist voll. Oh, wir müssen Instant Nudeln vorbereiten. Ich bin eine Instant Nudeln. Seit wann kocht man rohe Nudeln? Ja, rohe Nudeln sind doch halt einfach Nudeln, die in der Ding sind. Ja, ist in der Verpackung. Das sind rohe Nudeln. Oh, wie sind denn die eigentlich in einem Teller hier drin? Na, warte doch wohl. Hätte gesagt, wir stellen so etwas Essen für die Nacht hin. Oh, warte. Ich stelle die Massenproduktion ein. Wir müssen aber erst hinsetzen und essen. Ich stelle dem hier auch was hin. No, du hast meinen Platz weggenommen. No, wir müssen doch alles aufessen. So. Und dann machst du hier das Essen, stellst es hin. An. Und so. Ich kann mir auch eigentlich mal Wasser eingießen. Nimm auch. Schnell die Möhrer an. Und mach mal rein. Echt, verschwinden die Nudeln. Verschwinden die Nudeln. Oh, hier klopft jemand. Oh, ich sehe hier jemand durchs Fenster. Das sieht aus wie der Teufel. No. Beziehungsweise eher wie der Selsenmann. Er sieht aus wie ich, wenn ich morgens aufstehe. Und mich jemand geweckt hat. Genau. Ja. So. Weg. Nimm dir noch ein paar Instant Nudeln mit einfach in der Hand. Ja, nehm ich auch welche. Müssen wir jetzt ein Schlachtzimmer geben. Der Vater hat uns gerade gesagt anscheinend, ja, dass wir ins Bett gehen sollen dann. Sonst wird der halt böse. Ich muss das dann mit dem Göttel kommen. Boah, was machst du denn, du? Man hat ja auch Ausdauer, die ist gerade runtergegangen. Bei mir. Ich mach mal die Funsel aus. So, und alles aus? Ja, und alles aus. Hä? Und das ist doch eigentlich alles aus. Guck mal, in der Garage. Ich glaube nicht, dass in der Garage noch Lichter sind. Ah, doch. Ich hab's doch gesagt. Da fehlt aber noch was. Noch weit? Ist im Bad vielleicht noch was an? Warte mal. Noch, ich kann den Namen in der Österreich sagen. Ja, im Bad war noch. Jetzt. So, schauen wir mal fertig. Lass in die Möhe. Blech oben. Okay. Ja, ich kann den Namen in die Möhe. fb nur als das war schildkarte nachricht vom fbi die uns gesagt haben ja wir sollen halt aufpassen weil hier irgendwo ein monster herum wird und die türen zu stück meine kamera neu weg macht du hast schon stream an ein mitjotag bei ich auch so war da ist anscheinend der sensen mann aber der hat ein mies komisches gesicht um scheiße in den wo es jetzt los heiße nur heißer heißer auch hat die grünen waren es ist gut leichtig wenigstens kein kürzeln und wir sind alle mannen mit mir da geht wohl schön schnell rum da hat es noch acht und so er hat mich zu erschreckt ab 98 hat er noch 97 was ist denn das hier steht halt alles was wir wissen sollen hier du musst dir einfach reinkaufen lol kommt da gleich wieder weg 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 mayday 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 kommst du ja wo der kommt so ein lustig aus dem sicht ja so denke ich so denke ich noch meiner so kupisch ur wenn ich meine madelkort zurückbekommen da fülle ich es geht aber runter muss ich einen automatischen ne das noch nicht da hat noch 80 weg die scheiße geht schon auch um als du gucken kannst ich weiß warum wenn ich was im intar habe kann ich das nicht essen hier keine ahnung wer ein wenig ein hüllenmensch ist weg schritt auf den nacken bischen da kommt da kommt ich hab euch dem lichthübe gegeben habe warum nicht dann gibt es denn du die lichthübe da kommt oh 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 die lichthübe ich auch so dawn man kommt ja übel zu öft holl warte denn da eigentlich so hin weg generahto warte es Füll du auf. Nimm mal aus. Ich? Ja. Also, nein, einfach. Boah, es klingt wie ich nach einem Stuhlgang. Boah. Lass am besten die Tür mal auf hier, okay? Jo, machen wir. So, ich bin jetzt wieder gefüllt. Komm, ich hoffe, da kommt er erstmal mal. Oh ja, da kommt er, das ist gut. Kann ich gleich was essen gehen? Nicht nur weg, nicht nur weg. Boah, wie der glitscht. Jo, jo, jo. Renn erstmal gegen den Schrank. Da geht aber los. Jetzt muss er aber los. Willst du nochmal zwei machen weg? Ja, mach nochmal. Aber das ist lange. Lass auf nicht, dass er gleich kommt. Mach schnell wieder mehr da hoch. Der kommt ja jede halbe Stunde. Weg, ich komm, ich komm. Wie sieht der Automat aus? 1,70. Boah, ich hab mich gerade immer zerschrocken. Aber ich muss wieder essen dann, Clay. Du kannst ja im Bett trinken, ne? Ja. Ich weiß, dass die Hälfte daneben geht. Scheiße. Da bin ich, dass er mitten im Liegen trinken kann. Boah, nee, was ist scheiße, ne? Boah, halt auch, wird die nicht voll jordlich essen. Ich weiß nicht, ob ich es dann gehabt habe. Weg, wenn du hochkommst, fimmst du nochmal das Ding auf. Habe ich? Wissen, aber aufpassen, die haben dich unbegrenzt. Ein ins Bett. Ja, ich hab einen im Inventar und unten sind, glaube ich, noch zwei. Na gut, das würde dann zwei Ohren haben wir's. Kommt auch, wo lange nicht. Oh, boah. Weg, weg, mehr, mehr, mehr. Boah. 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 Jojo, da kommt er, da kommt er. Wo ist's gugst du? Ja, das sieht auch gutig aus, ne? Ich sag dir, wenn ich meine Mannelternatztrecke bekomme. Da geht los. Er steht voll drauf. Kombinator. mal was trinken bis wann geht es 6 Uhr ne jo englisch mal was trinken aber stopp gleich ich geh jetzt aber nicht runter essen na weg ich bin schon auf die helfe das ist mir jetzt bisschen zu riskant er kommt doch bestimmt gleich ich hab nur der helft nur der helft ich weiß es nicht ich würde es nicht machen oder ja warte frage es kommt da jetzt auch kommt der natt er kommt jetzt machen wir irgendwelche lauten geräusche macht der funkel an er kommt er kommt hab dem lichtstube gegeben jo scheiß wird knapp wenn da jetzt mal machte machen wir doch du sag mal mehr die stube weg doch nicht aufstehen dass du mich das wird so knapp weg film mal gleich die mür wieder auf ja mach ich gleich warte ich schau mal ob wir uns trinken boah wir hatten ja grad seinen stuhl gegangen oh fuck ab ins bett schnell ich seh nicht ich seh nicht weg geh rein okay oh das war knapp da kommt noch gar nicht sagst du jetzt kommt ich hätte keine ausdauer mehr achso es ist ätzend du musst es mit wasser gießen lol ja das ist gut das ist die zeit der letzte gods kann ich hab echt ja was ich bin bitte das sollte man aber ihr seh hin bekommt gehabt nach 80 ich habe noch eine die füllt komplett auf Oh fuck! Weg! Schnell! Schnell! Oh das war knapp! Das war übelst knapp! Er steht genau vor mein Bett! Das war knapp! Also das war straf! Meine Aussage war so komisch wieder! Oh! Geh ich aber nicht noch mal runter! Oh ich sneak! Das ist mir grad gar nicht aufgefallen, dass ich sneak! Alter! Ich geh jetzt noch nicht runter! Ich geh jetzt nicht runter! Der Mond sieht aber auch geil aus! Was? Der Mond! Herrlich! Nicht? Herrlich! Das wird wieder knapp jetzt! Mir gefällt das Zimmer nicht! Ne? Ne! Ist nicht so meins! Ich will lieber ein Fenster drin haben! Ja das stimmt! Fenster schon geil! Geiler! Finde ich! Wie? Was die vor Memes dran sind! Also aber auch gleich mal komm nochmal! Ich geb dir mal nicht! Echt? Der hat mich! Der hat mich! Echt? Der war schon oben! Echt jetzt? Ja! Loll! Der war einfach schon oben! Also ich will reifen! Das ist doch so! Ja! Ich will reifen mich! Aber warte mal bevor du dich reifen! Nicht dass du dich grad wiederbelebst! Mit der und der hier grad rüber renn! Jo! Alter! Der war einfach schon oben! Was? Echt? Sauerstoff! Echt? Weg mach! Ich hab! Ah ne! Der hat Kanister! Der ist weg! Echt? Weg! Wir brauchen einen! Ne! Der hat noch 40! Das schaffen wir! Ja! Aber noch eine Stunde! Ja! Wenn die Stunde jetzt 60 Millionen geht! Alter! Rastaus! Aber das können wir ganz knapp schaffen! Aber ganz knapp! Ja! Das sieht übelst komisch aus hier! Weg! Mach die Funzel aus! Mann! Du Arschlo! Ich bin verdurstet! Ich bin verdurstet! Ich bin verdurstet! Ich bin verdurstet! Null! Wie er sich wiederbelebt! Machen wir die Funzel an! Damit er reinkommt! Wie lang geht die letzte Stunde! Weg! Mach dich mal aufmerksam! Ich hab kaum noch Hunger! Ich will jetzt nicht noch mal runter! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! 6 Uhr! 6 Uhr! Ey! Es gibt ein Chapter 2! Jo! Manni mal 2! Die ganze Zeit! Boah! Das war schon straff! Jo! Ist wirklich! Aber jetzt wird der nächste Tag! Lasst uns essen werden wir! Geiles Deutsch! Ach! Einfach die Fenster haben keine Sicht draus! Was ist jetzt noch mit dir passiert? Nicht! Jemand saß meine Seele! Aber jetzt fühle ich mich ein bisschen besser! Jo! Er weiß es sogar! Mit dem Sauerstoff sieht es aber nicht so gut aus! Wirklich Paar! Ja Kilo! Jetzt lass uns beten bevor wir essen! Illuminipatri Minasiria Io! Ohhhh! Let's drink that! Fortsetzung folgt!